Stufen von Hermann Hesser Wie jede Blüte welft und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jeder Lebensdufer, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufer bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauen in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauberinner, der uns beschutzt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fest in uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreiser und traurig eingewohnt, so droht er schlafen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmende Gewöhnung sich entgrafen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wo lernt denn, Herz, nimm Abschied und gesunder. Und dann ist es, dass wir uns noch die Todesstellen zu haben. Und dann ist es, dass wir uns schon mal die Todesstunde und Regeln nachgegen. Und dann ist es, dass wir uns diesmal schliesslich. Und dann ist es, dass wir uns nicht nur die Todesstunde im Herrschild. Untertitelung des ZDF, 2020